Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PitsMitTV. Heute mit dem Christian, dem Bram, dem Jonathan und dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns an Unusual Memes Version 2.1.8. Warte an. Jawohl. Warum? Ich habe einen Fall. Hey, hilf mich. Hilf mich. Oh, oh. Okay, krass. What the fuck? Meine Krebs auch immer. Als ob. Nice. Ich weiß zwar nicht, wieso man ein Loch in der Decke hat, aber... Ja, vor allem kriegt man den noch nie wieder raus. Das ist schon okay. Den Korken braucht man ja auch nicht mehr. Ja, passt. So geht er. Was war da denn? Alter, das ist mir gerade zu viel. Alter. Das sah irgendwie in der Absicht aus. Alter. Ach, scheiße. Ja, also, wenn einem kalt ist... Meiner Frau wäre immer noch kalt. Nein. Nein. Du bist so ein Unmensch. Warte. Ja, der hat erst die Milch und dann die Cornflakes. So wie Bram damals. Ach so. In Nordirland. Alter, ich hasse sowas. Ich hasse sowas halt auch. Nachdem er getroffen hat oder auch nicht, wurde er auch getroffen. Alte Kriegswunder oder so. Dem aktuellen Standbild nach würde ich gerne entnehmen können, ob da jetzt das Fahrrad nach links einen Abgang macht. Nach links? Ja. Nein, noch nicht. Geht der nicht eher schwimmen? Oh, ich wollte gerade sagen. Yo, what the fuck? Was? Was zur Hölle ist das denn? Warum schreien die Frauen dann immer? Was? 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 Wie spielt der denn? Ja, gar nicht mehr. Oh. Oh, war. Euhh. Euhh. Was zur Hölle? Was ist das Peace? Oh, Belgi, Belgi, boy. Ich werde ihn in. Geh so schnell. So schnell wie möglich. Ruh. Und dann stand auf. Was war also zerr. Alter. Jenny Uber ist hier. Jenny's Uber ist hier. Es ist Jenny's Uber. Jenny, Jenny. Jenny, Jenny Uber. Das war cool. Okay, aber verteilt. Ja. An solche Dinge habe ich als Kind schon immer schlechte Erinnerungen. Guck mal, mit Erklärung. Was davon ist das Papi? Was ist das Papi? Was ist das Papi? Der Hund am Boden liegt. Okay. Das war ein Hund. Alter. Holy Shit. So eine schöne Maus. Hatte ich die echt gefangen? Krass. Oh Gott. Oh Gott. Oh es ist, mate. Sorry. Das war eher eine Ratte. Oh Gott. Geil. Das ist doch bestimmt Niederlande von Niederlande. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so klein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist alles schmerzhaft. Oh Gott, das ist noch in der Kamera, oder? Ja. Okay, last one. It's weird. I thought maybe I'm Shonoban for some reason, but some people are getting notifications, some people aren't, and I'm still getting viewers. Like that? Ja. Ich glaube schon. The glass or the ice? Oh my God, guys. Warum schmeißt du denn ein Glas da drauf? Was ist denn, wenn das kaputt geht, du Affenkopf? Oh. 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 I know I'm not fucking that high. Look at this shit. You're too much fucking gone. Look like that. Hi, I'm fucking... Shit. Ugh. Ha ha ha. Du Mist, ey. Alter what the fuck? Gute Technik. Ja, oh. Ha 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 ha! Oh. presque. Emma liebt auch Bellabard. Alter, what? Ich bin zu groß. What the fuck? What? Yay! The games come well with the hole. Oh! One, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! My God! Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist eine Eule. Ich hätte gedacht, der Kopf ist anders. Ich auch! What the fuck? Okay, das war wieder... Okay, da war ein lustiger Bye. Auf und ab der Gefühle war für mich diese Compilation. Wirklich. Ein paar haben mich echt gecatcht. Ich hoffe euch auch, liebe Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr mit uns gelacht habt, dass ihr eingeschaltet habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein! Tschüss! 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 Tschüss!